In der heutigen Challenge stehen deine Fähigkeiten mit dem unteren Zuspiel im Fokus. Halte den Ball baggernd in der Luft. Klatsche nach zwei bis drei Zuspielen einmal mit den Händen unter deinem Oberschenkel. Wie viele Klatschaktionen schaffst du? Kannst du dich dabei auch im Kreis drehen? Wir freuen uns auf dein kreatives Video. Wir freuen uns auf deinem Oberschenkel.